auch das war eine Kursburg und mann das wird um noch mal Bullfrogs ich müsste Ja, hier macht man nicht ordentlich mal ein Ding. Hä? Hä? Wieso sind meine Tönnies schon kaputt? Bullfrogs? 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 Die sind doch im Wasser geblieben! Egal, ich hab ja hier noch diese... Hä? Wieso können die jetzt nicht? Aktula U-Boot! WTF! Wieso? Ihr könnt doch... Hä? Finde ich verarscht. Hä? Wo ist mein Ding hin? Soll ich hab'n... Finde ich verarscht. Die hab' schon keinen Bock mehr. Oh, Mann. Wieso hast du dann diese komischen drei Riesendinger wo ich... Wieso hab' ich die nicht? Ich hab' die doch auch gebaut. Hä? Wie, was hab' ich denn jetzt hier gebaut? Ich hab' keine Ahnung. Dreck-naugt. Dingens, okay. Wo hast'n du die her? Na, gebaut. Hä? Die konnte ich gar nicht bauen! Wie unfair ist das denn? Hast du irgendeine andere TNC-Person? Ich kann die gar nicht bauen! Wollt ihr mich verarschen? Zum Beispiel nochmal so'n schwules Zeug gedöhnt hin. Die Alliierten meinten ja, ich penetriere jetzt diesen Hohensohn. Äh, bräuch' ich ein Kriegslabor? Hab' ich doch. Ich hab' hier doch alles. Ich find' mich verarscht. Ich kann die nicht bauen! Ist soll... Ich will aber kein fucking Geld für so'n schwules Labor ausgeben. Ist ja geil! Ja, äh, 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 äh. Meine Blase tut weh. Hauwa, Mama. Versuch' mit Keros. Keros. Ja, das hast du Akula-O-Bote, die da eigentlich kaum umbringen. Ja, warum soll ich wissen, dass ich für dieses Scheiß den gar in Kerstlabor brauche? Äh, kannst kannst du, äh, im Presskran, kannst du ins Wasserbord, kannst du deine Akula-O-Bote reinmachen und so? Und die theoretisch verschrottenen, die bringen dir nochmal Geld, wenn du Geldprobleme hast. Ach, Mann, verdammt, die machen mir wieder meine ganze Basis kaputt. Ich will, ich steh' nicht vorwarten, du, you mean. Die machen Basis kaputt von mir? Verstand? Nein, mit... Press... O-R-S-Kran und sowas. Im Presskran kann so ein Wasserbord und so, und da, äh, kannst du deine Akula-O-Bote, äh, reinschicken und die waren zum Beispiel so, äh, Schrottel. Ach, Mann, verdammt. Ähh, warum kannst du dich nicht beschäftigen, warum kannst du das nicht, von dir? Wir brauchen es zum Aufbauen, ist sie immer krank. Eine Minute zum Aufbauen, wollte ich mich verarschen. Ich meine, so viel Zeit haben wir ja jetzt noch. Näh, 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 ich kann euch hier auch mal nicht... Kann mit Luftabwehr jetzt grad nicht gebrauchen. Nein, ich brauche euch Luftabwehr nicht. Kommt, c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c-c. die Thomas warum nimmt das Geld weg dass er sich eigenes Geld beschaffen oder arbeiten gehen wir tun dich wird hier eine Seite auch schon angegriffen und alles mal ich hab kein Geld ja und ich könnte Geld eigentlich gebrauchen was kostet denn das so ein schwules U-Boot 2.08 das habe ich auch ein das das Komm, geh einfach hier drauf, geh drauf, da, los, du schaffst es mal wie. Hehehe, Idiot. Komm, hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Da drauf. Wenn wir das schaffen würden, bis dahin. Ja, kannst du mal die abschießen, irgendwie? Weil hier ist irgendwo ein Trepp noch, irgendwie auch immer. Rat's doch nicht, ich bin gerade dabei, das Kosek-Ding kaputt zu schlagen. Verfluchter Verräter. Sie sind kein Soldat. Ihre Zeit wird kommen. Das verspreche ich. Du bist doch der Verrä... Mami! Aha. Komm, komm, ihr zwei schafft das irgendwie. Komm, du... Nein, du musst das schaffen, du schaffst es irgendwie. Komm, bitte. Ach, fick dich doch einfach, fett. Ja, schieß drauf. Los, 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 der muss bis dahin kommen. Waren geht kaputt. Kommt doch bis dahin nicht. Gibt nicht so aus. Ah, du bist gerade auf Luftverteidigung. Okay. Du lässt dich arbeiten. Hä? Ja geil, warum greifst du die anderen an? Greif doch an... Oh, was ist das für ein scheiß Viech. Ich... Ich werde ja nicht mehr viel an der... Mein... Mein... Mein Ding... So ist nicht, äh, bereit. Meins... Ich... Ich weiß nicht, wo man was nachgucken kann. Äh, ja, links ist da... Äh, ob die Teile... Ach, nee, und... Nee. Okay, ja. Welchen Prozent kannst du ungefähr sagen? Äh, fast noch ein Viertel. Er braucht noch. Ein bissl, ja. Ah, ich mein, der repariert es doch nicht, oder? Nein, tut er nicht. Ach Gott, nein, 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 nein. E-pisch. Ich hätte doch, wie sind Noobs und wir können nix und... Und... Ja. Ja. Hach. Oh, nee, jetzt kommt er noch mit dem Kirov. Oh, mein Gott, ich kann da nicht so. Was interessiert ist, ist gerade die Alliierten-Dingskacke? Ich dachte, ich mach einfach mal. Ja, so war... Hauptsache ist der Kirov... Der, 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 der Kroker. Echt? Nicht dein Ernst! Ich hab irgendwie das Gefühl, den schaff ich nicht tot. Ich kann ja noch was schützen, ne? Ja, wäre toll. Noob. Nein, das sollst du nicht anregen. Och, nö, bitte. Nein, bitte. Hast du... Ach, und ich kann auch saugen. Ach, ich schwein. Ach, komm, leck mich doch an. Arsch. Das ist nur das eine, das bisschen da. Was sind das denn für Noob? Auto. Was ist das nur ein bisschen? Viecher. Komm, gehst da hinten drauf. Und tröff gefälligst. Oh, cool. Ich muss einfach... Hab's geschafft. Na, guck der Sora wieder, ne? Kann das oder kann das? Okay, Fortschritte gespeichert, also. Danke. Na, kann ich's, hä? Ja, du kannst es, du kannst es, danke. Wer ist der Po, hä? Habt ihr eigentlich die leiseste Ahnung, wer zu eurem Team gehört? Das sind jetzt in Ruhe. Ich will dieses Schwuchtel. Ich könnte es auch noch dir, ich glaube, ich wird be... Mir? Ah, Mami! Weiß ich auch, sag, du hast Geld, ne? Hauptsache, du hast Geld, immer. Das ist das wichtig, ne? Kann man zum Teil Schrott verkaufen, ne? Halt deine Mutter. Oh, Mann. Und ich bin hier der Arme wieder. Dat war mir klar. Der wahre Verhältnis, der bist du immer. Dat war mir schon immer klar. Oder so. Ja, dann bitte, danke. Hab dich auch gelieb. Ich mich aus. Oh, ein Protonen-Kollider. Oh, ich glaube, der macht Schaden. Ich glaube, den sollten wir kaputt machen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Nee, nicht. Oh. Ich weiß nicht, ich vertraue mir immer nicht selbst. Scheiß Delfiner. Hallo, ich bin ein Delfin, na? Trägt sie. Nein, ähm. Hab ich einen Jungen-Kirurg? Ja. Den einzigen Kirurg, den ich habe, werde ich ein bisschen verschicken. Ein bisschen Level. Aha. Jetzt level er sich wieder. Guckt das... Ja. Sag mal, wenn du problemet mit mir hast, sagst du mir gleich in die Sicht. Okay, ich habe dich lieb. Ähm. Ich hasse Delfiner. Wie geht's dir? Schissen, weil meine Delfiner mir meine Raffel in der Riebe verstopft. Und mir geht es gut. und trotz Lerner Lerner ich muss wieder erwähnen er ist immer noch angedrungen und das wird sich bestimmt nicht so schnell erinnern hä? wer ist hier? wer ist hier? Brutama! der Proton-Kolliter ist der Proton-Kolliter schon kaputt? ja das hab ich gemacht das ist ja mal volle Kanüle truf und dann hab ich einfach mal volle Kanüle truf und dann fick mich nicht gewöhnt, fick mich nicht mehr, nimm sie von hinten durch und nagel sie bis es...ca puede exist keine new mastered Okay also darf ich hier nachher piep-tmos an oder wie ? wie seminar wird das ist der sprit mal unwbare e nein 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 ich will nicht gerade keinem äть kommt der ex überhaupt hier kommt ja mein nub kommt herrmann die nübssachen auch gar nichts hat du hast das geld na ja nennen das nicht gelb und ich werde gerade auch ziemlich bombardiert ich bin ja gleich tot nein spaß ich muss sagen wir waren hier gerade sowieso irgendwie alle wir werden sterben 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 und noch was einer davon okay drauf da kommt gleich drauf da noch ein paar vielleicht okay nein nein kommt die mussten schaffen den schafft ihr das hat was wird gemacht danke dann wird er wieder weg ihr habt was stolz geben macht stolz geben Weck, 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 weck. Geh, weck, weck. Geh, weck. Hä? War ja nicht gerade noch einer? Nimm ich halt den. Hier drauf da. Hier drauf, da drauf, da drauf. Da drauf, da drauf, da drauf. Meine Fröse. Oh ja, oh ja, fest dein... Ähm... Nein, fest das Thema. Genau. Aber wenn du eh dabei bist, die zu... das kaputt zu machen, dann mach mal, dann krieg ich nämlich Geld. Ich bin... Mach die da um noch kaputt, mach die da um. Ich helfe dir auch. Bitteschön. Okay, mach ich schon. Was ist denn, die Flugzeuge? Natürlich ist es nicht. Nee, Flugzeuge kann ich nicht. Warum auch immer nicht machen. So, nochmal 200 Euro bekommen. Danke, schieb das was. Hä? Wo flirten die Leute? Äh... Schimm mich. Äh, das war nicht nett. Komm, bitte. Okay. Du sollst weg hier. Scheiß Camper. Hm, 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 hm. Oh, Camper, Camper. Ich tötete dich. Ich brauchte oben mal irgendwie was zum Luftzug, Thomas. So, jetzt guck ich mal, was passiert, wenn ich... Und so. Ja, weiß ich nicht. Warum der da und stimmt. Das interessiert mich. Ja, wird er nicht geben. Sag mal, der geht doch die ganze Zeit auf Luft. Warum mache ich denn überhaupt hier, äh, dieses Mini-Gedöns? Mann, du bist größer als so ein Scheiß, der viel vor Ort drüber. Ne, wir wollen mal, ach, du mal, da oben ist der Athena-Kanäle. Guck dir das an. Oh, Mann. Ich habe gerade nicht auf die Athena-Kanäle. Ich kann es mir hin und fixiert. Ja, fixiert. Ja. Ja, du hast gesagt, ich weiß. Oh, darf ich das haben, darf ich das haben, darf ich jetzt noch in der Redanke. Ui, das wird mir was. Ja, ich hab aber Durst dafür vier. Dann hab ich jetzt drei. Ja, 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 ist gut. Ich bin gerade hier noch so ein bisschen, äh, du weißt du hast ja ein bisschen beteiligung bauen ich werde hier in meine mitte reingequetschen so ich komme nicht zu angreifen das gefällt mir nicht so du hast hier unten so viel zeug jedes menschengedöns kannst du abbauen und sagt braucht doch keiner ich musste so ein bisschen behalten damit unten immer noch angegriffen würden dass sie nicht auf uns fixieren auch du trägst kann eine flak behauptet wenn der flak macht sehr viel wo muss man hin muss angreifen bau oder was ich kann sie den kater an